ja und hallo herzlich willkommen da bin ich wieder zurück warum die ich habe jetzt gerade gefragt wo bin ich ich stehe auf dem dach stimmt warum die komische ankündigung ich war jetzt doch nicht mehr dann online ich bin dann habe dann besuch bekommen deswegen bin ich jetzt wieder hier und also wir müssen jetzt das dach weiter basteln stimmt da war was wo komme ich jetzt hier runter wo war das wo komme ich hier auch hier schon wieder eingebaut so wie man kürbis macht und wir werden glaube ich ein richtig schönes großes kürbis fällt mal anbasteln und dann machen wir richtig geil kürbis kuchen hätte ich voll bock drauf so eine fabrikationsstelle für kürbis kuchen gut wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen birkenholz wieder aber noch ein paar bürkensäßige angepflanzt hier die holen wir uns auf jeden fall weg hier und dann geht es los hier und aber warst du bescheuert nee so ich mach mal kurz die kopfhörer und der passt leise denn ich möchte ja auch ein wenig von der musik haben die ihr dann auch im hintergrund hört ja die hundis die ich sowieso setzen muss irgendwann mal durch richtige wieder so und auch hier haben wir noch einen herrenbaum den holen wir uns natürlich auch und dann haben wir hier noch ein baum und du wirst fallen fahr einfach um bitte fahr doch einfach um so ach sie ist unter mir ich habe mich gerade gewaltt hä so mal schauen ob hier irgendwelche setzlinge schon abgedroppt sind setzlinge da haben wir schon mal zwei für nichts da hätten wir noch einen baum den hol ich mir noch und dann renne ich noch eine runde guck mal nach setzlingen sooo ach so quatsch da muss ich auch wieder neue bäume pflanzen so was haben wir denn hier oh das ist ein schönes lied es drückt ruhe und gelassenheit aus ruhe ruhe und gelassenheit so da haben wir eine rockbench dann fliegt das holz jetzt kaputt und wir machen uns ganz schnell mal ein paar davon die muke ist voll cool erinnere mich sogar an irgendwas was ist denn das medieval times heißt das oh ich finde das toll Frank wak musik so findet ihr auch gut oder ich finde das ist auch gut so ok dann hauen wir uns jetzt mal hier das dach zu ende endlich damit wir endlich behaupten können wir haben einen Himmels Palast das ist auch so klar muss das sein so das ist auch weg und ich hoffe ich fange es ja super ne das wollte ich jetzt nicht oh die macht echt spaß die muke da wir bauen ein Haus in die Wolken hinein groß wird es sein und wunderschön so wie mein bestialisch guter will sagen ich singe einfach vom Bastetilös Selts ich bin eine Primalen Hydro monitore ich bin eine Primal butleri ma so danach ein Und außen können wir dann irgendeine andere Holzfarbe machen. Ich weiß aber noch nicht welche. Ach, hier oben, das wird ja gar nichts mit dem Schnee. Ich könnte natürlich auch überall Fackeln hin platzieren. Erstmal schauen, wie es von unten aussieht. Du, 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 du. Und ein paar Kartoffeln. So, wie siehst du denn vom Weiten aus? Okay, von hier. von hier noch das hat alles gewöhnungsbedürftig unter die fenster momentan aber mir fehlt so ein bisschen die abwechslung noch im haus das ist so einfach wieder nach oben gezogen das möchte ich nicht haben hier was könnte man denn noch machen ich überlege gerade was wir denn hier eventuell noch hoch bauen könnte ich habe überlegt ob wir vielleicht einen turm hier noch oben drauf zimmern oder ob das zu krass wirkt dann thomas holtz ist nicht so das wahre würde ich sagen ich habe glaube ich eine bessere idee ich habe eine bessere idee ich hoffe jetzt ein tauschen geht es nicht kaputt bei der idee fangt das aus los? ja hält es aus super ähm ich werfe die spinnen da oben weg und die massen an erde wieder einsammeln und dann werfe ich mal noch ist das alles weg? tada ich habe alles ok und zwar könnte man hier oben doch wirklich moment ich will das noch nicht verraten ich will das noch nicht verraten soo lass mal dafür sorgen dass hier oben nicht so viel von diesem zeug ist das sollte euch reichen und hier hier könnte man pff ich überlege gerade ich will es euch echt nicht verraten deswegen bin ich gerade so ein bisschen schweigsam dann ziehe ich jetzt das dach nur bis hier her dann fliegt das erstmal weg wieder wie ich das regle weiß ich aber noch nicht genau also hier kommt dann das rein und dann kommt hier ja doch das wird schon fertig gemacht hier ja das wird doch schon fertig gemacht Moment war doch richtig also das dach bleibt so wie es ist was für eine schauerische musik was für eine schauerische musik was für eine schauerische musik ähm gut dann brauche ich noch unser holz normales haben wir noch sehr schön haben wir noch dann kommt auch hier noch ein randchen aber die musik ist gerade ein bisschen komisch aber okay wir haben auch einmal das gefällt mir das haben wir denn hier oben haben wir denn hier oben haben wir nicht oder Gironimo Oh ich merke gerade das war nicht so eine die 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 ich kann mich nicht mehr wehren ich will wieder hoch lass mich einfach wieder hoch Der Zombie wird mich nicht aufhalten Oh, vielleicht doch. Oh. Chillt mal. Wow. Genau das habe ich gerade sagen wollen. Wir schaffen es ohne eingeschossen zu werden. Puh, okay, das war's essen. Und dann gehen wir nach oben. Wir gehen nach oben. Das muss ich einfach mal loben. Hier haben wir noch eine Lücke. Stimmt, wie hat ich noch gelassen, weil mir das Holz ausgegangen war. Schauerische Musik, keine Ahnung. Was? Keine Ahnung. Eigentlich müsste es ja, dass er im Viereck ist, jetzt gleich voll sein. Tada! Okay, gut. Dann nehmen wir uns jetzt in den Zaun hier. Hauen wir den einfach mal hier dran. Und dann bräuchte ich noch ganz kurz eine Workbench, weil das... Oh, ich brauche nur eine. Ich brauche nur eine. Damit ich jedes Mal runterrennen muss. Und dann machen wir uns ein paar Stöcker. Hauen wir noch ein bisschen Zaun in die Gurven. Flüps. Haben wir hier noch ein bisschen. Natürlich haben wir noch. Oh. Oh, ist halt so. Zaun. Und... Zaun. Und... Zaun. Zwei!! Ihr werdet sicher euch wundern oder einige werden schon wissen was ich vorhabe. Und für die es nicht wissen... Ja, Ihr könnt jetzt mal genau an dieser Stelle hier... reinschreiben was geglaubt was es denn werden soll und vielleicht kommt er doch drauf bevor es zu Ende ist wäre natürlich auch ne Idee das wäre natürlich auch ne Idee dann müsste ich einfach mal... Moment ist das hier? Ja, ist das hier, siehst du? Moment... Moment, Moment, Moment Blottenholz soo... Flupp Flupp Flupp, Flupp und auch hier noch zu Ende und da noch Genau, und dann haben wir nämlich hier auch noch was und dann geht's nämlich hier nach unten... Autsch das wird mega cool Moment... das wird mega genial das wird mega genial dann müssen wir das dann hier so machen weil sonst passt das nicht sooo... dann haben wir... Ups jetzt fehlt hier was nein, jetzt fehlt nichts und ich cheat auch nicht damit irgendwas... oh lol so ja das und so ich